Backtracking Also ist jetzt kein besonders schlaues Verfahren, aber es ist eine gewisse Ordnung, und zwar eine Ordnung, die Sie dann einsetzen können, wenn Ihnen nichts Besseres einfällt, als erschöpfend zu durchsuchen. Also wenn Sie sozusagen alle Möglichkeiten ausprobieren wollen. Ich schaue das mal so hin. Dann setzt man ein, wenn keine bessere Idee als vollständige Suche einfällt, um alle Lösungskandidaten systematisch zu durchsuchen oder zu prüfen. Wir haben ja ein ganz großes Labyrinth. Wir haben eine Maus, die möchte gern zum Käse. Die Maus sitzt hier oben. Die hat ja im Prinzip an jedem Feld, das Labyrinth besteht hier irgendwie aus neun Feldern, hat die potenziell die Möglichkeit in vier Richtungen zu gehen. Einigen ist halt irgendwie eine Wand, da kommen Sie dann nicht weiter. Ja, die könnte jetzt beispielsweise nach rechts gehen, jetzt in das Feld. Und dann ändert sie mal die Richtung nicht, dann geht sie hier hin. Dann läuft sie vor die Wand, das heißt, sie ändert die Richtung, geht irgendwie nach unten. Also Ziel ist ja jetzt nicht sozusagen der exakte Weg, sondern das Besuchen dieser Felder. Also das Feld hat sie irgendwie besucht, das Feld hat sie besucht, das Feld hat sie besucht, und da kommt sie ja jetzt nicht weiter. Sie würde jetzt sozusagen ihren Weg zurückgehen, da kann sie auch nur irgendwie wieder zurückgehen, also da kann sie keinen anderen Weg gehen, kommt sie hier hin zurück und da stellt sie jetzt fest, jetzt würde sie nach rechts gehen, beziehungsweise wenn sie aus der Richtung kommt, würde sie natürlich jetzt nach links gehen. Sie würde jetzt sozusagen eine nächste Möglichkeit ausprobieren und würde dann nach unten laufen. Und jetzt würde sie beispielsweise hier runter laufen und stellt fest, oh, da ist eine Wand, da kann ich nicht weiter. Ach, ich gehe mal hier hin. Und hier an der Stelle kann sie nicht weiter, also geht sie zurück, prüft hier, kann ich denn noch eine andere Möglichkeit ausprobieren und stellt dann fest, jawohl, ich kann auch in diese Richtung und ist glücklich und findet den Käse. So, und das ist Backtracking. Backtracking heißt, ich laufe irgendwie runter und wenn ich dann nicht weiter kann, gehe ich zurück zu einer Stelle, um dann gegebenenfalls eine andere Möglichkeit auszuprobieren. Das Ding, was ich hier aufgezeichnet habe, dieser Baum, das ist sozusagen so eine vollständige Möglichkeit, hier irgendwie zu durchlaufen. Wir fangen bei 1, 1 an, kommen zum Feld 1, 2, haben dann die Möglichkeit, entweder nach 1, 3 zu gehen, ja, das wäre dieser Strang hier, da kommen wir nur noch zu diesem einen Feld, oder wir gehen halt hier hin zum Feld 2, 2, haben da die Möglichkeit, einmal hier hin zu gehen, nach 2, 1, beziehungsweise hier runter nach 3, 2 und können dann nach rechts und nach links gehen. Ja, und Backtracking heißt, ich laufe sozusagen hier runter, wenn ich dann hier nicht weiter kann, laufe ich nach oben und gehe halt die nächste Richtung. Und das können Sie beispielsweise immer dann machen, wenn Sie irgendwie so Spielchen haben, Spielprogramme, Konfigurationen, mögliche Lösungen wären Stellung der Spielfiguren und wenn ich ausgehe von einer Konfiguration, aber noch keine vollständige Lösung habe, wäre sozusagen ein gültiger Spielzug eine Erweiterung dieser Lösungskonfiguration. Ja, oder Sie können das bei Planungs- oder Optimierungsproblemen einsetzen. Und wir gucken uns das jetzt mal an einem etwas größeren Beispiel an, und zwar 8 Damenproblemen. Es hat mit dem Schachspiel zu tun. Stellen Sie sich vor, Sie haben 8 Freundinnen. Und jetzt stellen Sie sich vor, die sind fähig, sagen wir mal, so wahrzunehmen, dass Sie irgendwie nach vorne und nach unten gucken können und irgendwie so diagonal gucken können. Ja, stellen Sie sich vor, Sie müssen die hier auf so einem Schachbrett positionieren. Die Freundinnen, die können nur in diese Richtung gucken. Ja, stellen wir mal vor, die steht hier. Die kann nur irgendwie hier hingucken und die kann vielleicht noch so gucken. Und Sie müssen Ihre 8 Freundinnen jetzt so auf dem Schachbrett verstecken, dass sie sich gegenseitig nicht sehen können. Das ist halt das 8 Damenproblem. Und wenn Sie des Schachspiels mächtig sind, ist das genau die Bewegung, die halt die Figur der Dame durchführen kann. Also wir würden jetzt beispielsweise hier eine Dame positionieren. Und dann würden wir gucken, wo können wir die nächste Dame positionieren. Also hier geht nicht. Machen wir die Diagonale. Hier ginge. Und jetzt, also alle Felder, die ich jetzt mit so einem Strich versehen habe, die sind durch die bislang positionierten Daten abgedeckt. Da bleibt schon nicht mehr so viel übrig. Also hier können wir jetzt noch eine hin positionieren. Die macht das alles dicht. Die macht das dicht. Das hatten wir schon. Und das dicht. Da kann noch eine rein. Und dann haben wir aber den dicht. Und den dicht. Den haben wir auch dicht. Wir können jetzt hier noch eine positionieren. Und dann ist Ende. Die letzte würden wir jetzt sozusagen weg machen. Den können wir ja schon nicht. Also wir müssen sozusagen hier hin zurückgehen. Den machen wir weg. Aber für die haben wir aber gar keine andere Position. Das heißt, wir müssen hier hin zurückgehen. Hier könnten wir die hin positionieren. Die hatte ich ja, der Strich kommt dann auch weg. Also wir könnten die jetzt hier hin schreiben. Und gucken, was dann passiert. Noch weniger. Also keine gute Idee, ne? Also weg, weg. Das heißt, wir gehen hier hin zurück. Die könnten wir hier hin positionieren. Das heißt, die machen wir weg. Jetzt würden wir hier eine Dame hinschreiben. Würden dann gucken, was fällt damit weg. Also hier diese ganzen Striche, die nerven ja, ne? Ja, und dann könnten wir gucken, was decken wir da ab. Ich will das Problem ja jetzt gar nicht mit Ihnen lösen. Das ist viel zu unübersichtlich. Aber Sie sollen das Prinzip ja erstmal verstehen. Was brauchen wir überhaupt, damit wir sozusagen dieses Grundmodell ausprobieren können oder anwenden können, Anforderungen an so eine Konfiguration. Konfiguration ist eine partielle oder vollständige Lösung des Problems. Und für die Menge, ich habe es jetzt mal mit KF bezeichnet, der Konfiguration muss gelten. Es existiert eine eindeutige Anfangskonfiguration. Das kann beispielsweise auch die leere Konfiguration sein oder dass wir gerade eine Dame positioniert haben. Die Menge der zulässigen Lösungen L ist eine Teilmenge aller möglichen Konfigurationen. Und für jede Konfiguration K aus dieser Konfigurationsmenge KF ist entscheidbar, ob K eine zusätzliche Lösung ist. Das müssen wir prüfen können. Und diese schrittweise Erweiterung einer Konfiguration, das war gerade unser zahlenweises Vorgehen. Das ist also irgendwie so die Voraussetzung. Diese Lösungskonfigurationen, was brauchen wir da? Wir haben eigentlich zwei Bedingungen, L1. Wir haben acht Damen auf dem Brett. Und keine zwei Damen bedrohen sich. Ich schreibe mal hin, Schachspielzug. Für diese Menge KF dieser Konfiguration in dieser Anwendung sähe das so aus, dass N Damen auf dem Spielbrett verteilt sind. Wobei gilt, 0 ist kleiner gleich N, kleiner gleich 8. Wenn wir jetzt irgendwie so schrittweise vorgehen, sind alle diese Anforderungen hier erfüllt. Und dann irgendwie so ein einfacher Algorithmus könnte dann so aussehen. Platziere Dame I. Ja, VH gleich 1 bis 8. Das ist sozusagen das zeilenweise Vorgehen. Wir gucken uns an, wenn ein Feld IH, würde ich jetzt also anfangen mit Platziere Dame 1. Wenn das nicht bedroht ist, dann setzen wir eine Dame auf das Feld hin. Wenn das Brett voll ist, dann geben wir die Konfiguration aus. Und ansonsten platzieren wir halt die nächste Dame. Das hier ist natürlich eine komplexe Operation. Da prüfe ich ja einfach, wenn ein Feld nicht bedroht ist. Das heißt, die anderen Damen, die da schon stehen, die decken sozusagen gewisse Felder ab. Das muss ich halt prüfen. Wir machen das jetzt mal am Beispiel eines Vier-Damen-Problems. Das ist ein bisschen übersichtlicher. Das wäre die leere Konfiguration. Wir müssen eine Dame setzen und initial ist kein einziges Feld bedroht. Setzen wir die einfach hier hin. Was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Wir können die Dame entweder hier hinsetzen, weil das Feld ist nicht bedroht von dem hier. Das deckt das ab, das, das, das und das. Oder wir können die Dame hier hinsetzen. Auch das Feld ist nicht bedroht. Wir verweinern sozusagen unsere Lösung. Ausgehend von der leeren Lösung haben wir eine Teillösung, wo eine Dame gesetzt ist. Teillösung, wo zwei Damen gesetzt sind. Und würden halt jetzt weiter gucken. Was können wir hier noch machen? Den haben wir gesetzt, den haben wir gesetzt. Und wir könnten jetzt noch, den können wir nicht nehmen. Kommen wir gar nicht weiter, ne? In der dritten Zeile können wir keine Dame mehr setzen. Ich fange mit 1 an. Dann gehe ich zur zweiten über. Dann zur dritten, zur vierten, zur fünften. Also ich gehe wirklich schrittweise, inkrementiere ich die Zeilenanzahl. Mit dieser Schleife 1 hier probiere ich quasi alle Spalten aus. Also das würde ich jetzt so machen. Den habe ich ausprobiert. Und dann würde ich hier einsteigen. Das ist i gleich 1, i gleich 2, i gleich 3. Und würde dann in dieser Schleife erst den ausprobieren. Der geht aber nicht. Der ist bedroht. Der geht auch nicht. Der ist von dem bedroht. Der geht auch nicht. Ist auch von dem bedroht. Und von dem. Und der geht auch nicht. Das heißt, ich würde jetzt zurückgehen. Würde den nicht setzen. Und würde dann quasi das überprüfen. Ich habe das jetzt nur hier sozusagen in einem Baum aufgezeichnet. Wir würden dann wieder aufrufen den dritten. Das ganze Zeug ist ja hier irgendwie wieder schön rekursiv. Wenn wir hier zurückkommen und feststellen, wir sind noch nicht fertig. Steigen wir halt in die nächste Zeile ein. Und hier könnten wir jetzt setzen. Den, ne? Der wäre zulässig. Aber dann geht es schon nicht mehr weiter. Und würden wir hier unten reinspringen. Den hätten wir. Den hätten wir. Den hätten wir. Der geht nicht. Der geht nicht. Der geht nicht. Und der geht auch nicht. Das heißt, wir gehen oben hoch. Das haben wir alles sozusagen abgearbeitet. Und einfach um hier so ein bisschen Platz zu haben, machen wir jetzt einfach hier weiter. Das heißt, wir würden nicht hier setzen. Der hier oben hat so nicht zum Ergebnis geführt. Also gehen wir ganz zurück auf die leere Konfiguration und setzen jetzt beispielsweise den zweiten hier. Wir machen jetzt den dritten. Hier können wir hinsetzen, ne? Und jetzt ins letzte Kästchen. So. Das ist Backtracking. Das war ja jetzt nur, um das Prinzip zu verdeutlichen. Springer ginge genauso. Wenn Sie beispielsweise mit dem Springer alle Felder besuchen wollen, ist auch so ein typisches Problem. Springer-Rundreise. Da können Sie auch irgendwie gut per Backtracking machen. Das war ja jetzt. Und jetzt wird das Ganze mit dem Springer-Rundreise.